Es ist eine riesige Aufgabe. Das sind sicherlich wichtige Punkte, die ganz schnell angegangen werden müssen. Wer weiß alles? Also ich mache mir darüber nicht täglich Gedanken. Eigentlich hatten Bürgermeister gar keinen Freitag. Auf jeden Fall. Ich habe eine Leidenschaft für guten Kuchen. Ich gehe auch relativ pragmatisch an Sachen ran. Ich komme aus der Wirtschaft, war auch vertrieblich aktiv. Das würde ich eben als zukünftiger Samtgemeindebürgermeister wieder etwas umstrukturieren. Ich habe einfach auch einen anderen Stil. Damit kann ich umgehen.